Hallo Leute und ja, wenn ihr diese Stimme hört, dann bin ich hoffentlich gerade in den USA und nicht zu Hause und konnte es von dort aus hochladen. Und darum auch diese lange Folge jetzt, 30 Minuten. VTF! Scheiße! Was ist mit euch los? Ja, ihr seht, wir spielen mit dem Privilees 3 und dann wurden die hier anscheinend schon mal in Babytiere transformiert. Na? Hallo! Und unten in der Levelleiste, da seht ihr jetzt auch Level 79 sind wir dann mittlerweile, nicht schlecht. Nicht schlecht und damit können wir uns, wenn wir ein Enchanting Table machen, das habt ihr vielleicht in meinem 1.9 Privilees 3 Vorschau-Video gesehen, damit können wir dann irgendwie mit Zaubersprüchen, die wir mit Erfahrungspunkten bezahlen, unsere Werkzeuge verbessern. Ja, mhm. Was das genau für den Sinn hat, weiß ich gar nicht. Oder weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall brauchen wir für diesen Enchanting Table was, was wir nicht haben und zwar Diamanten. Und, ähm, ja, wir brauchen sogar ordentlich Diamanten, äh, naja, was heißt ordentlich Diamanten? Wir brauchen zwei Diamanten für den Enchanting Table und dann brauchen wir nochmal, ähm, vier Obsidian und die können wir auch nur mit Kabel, äh, mit, mit, ne, mit Lava abbauen. Okay, und darum dachte ich mir, gehen wir doch mal in die Tiefe und, ja, erforschen und erforschte Höhlen und sowas. Ja, aua. Und es hat gerade ein bisschen geleckt. Und das liegt natürlich am Privilege 3, denn ansonsten, ich habe hier nichts besonderes offen, ich habe hier noch Origin offen, weil ich gerade eben Battlefield 3 gezockt habe. Ja, zockt ihr das eigentlich auch? Wer von euch zockt? Also, da machen wir bestimmt ein paar. Wenn ihr das tut, dann schreibt es mir mal in die Kommentare, wäre mal interessant und schreibt am besten eure Battlelog-Namen, damit ich euch adden kann. Damit wir mal zusammenzocken können, äh, was heißt zusammenzocken, damit ich euch mal abziehen kann. Ha, 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 ha. Ne? Hier waren wir schon mal. Ja, und da habe ich halt bis, da ist Lapislazuli. Aber das ist mir jetzt so riskant hinzugehen. Wir können ja jetzt auch Tränke machen, allerdings brauchen wir da ganz viele Sachen, die wir nur im Never bekommen. Und um Never zu kommen, müssen wir auch Diamanten haben, damit wir Obsidian abbauen können. Ja. Also müssen wir auf jeden Fall, es führt keinen Weg an den Diamanten vorbei. Und, äh, ja, mit diesen Tränken können wir uns halt zum Beispiel einen Feuerfest-Tank machen, damit können wir dann durch Lava schwimmen. Das, äh, ist, äh, das wäre echt schön. Also. Uah, ich höre Tiere. Nein, das sind keine Tiere. Böse Sachen. Und man sollte irgendwie auch nicht zu lange stehen bleiben, aber dann kommt, zisch, von hinten ein Creeper, boom, tot. Das, oh, jajajajaja, der ist ein Spawner. Shit. Ist es hier hell genug, oder wieso kann er nichts spawnen? Es wäre ja richtig geil, wenn das hier ein hell genug wäre. Weil da hinten spawnen auf jeden Fall nichts, ne? Na, das ist ja super. Dann könnten wir uns hier direkt mal hinbauen. Und, uah, jajajajaja, nicht, 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 ja. Fuck. Warum nur, ey? Naja, wir haben ja volles Essen, das heißt, wir werden nicht sterben. Es sei denn, es greift uns noch was an. Und dafür tun wir hier noch eine Fackel hin. Und dürfte jetzt hier auch eigentlich nicht... Uah, fuck it. Nein, 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 wir sind jeden Moment tot. Nein, nein, nein. Jetzt sterbe. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Och, man, oh. Das nervt. Wie ist... Ah, Musik wahrscheinlich ein bisschen laut. Ich weiß nicht. Die waren in den letzten Folgen viel zu leise. Weil ich drehe sie dann ja auch immer noch in der Post-Production zusammen mit dem In-Game-Sound runter. Ich kann das ja nicht trennen. Und ja, darum weiß ich jetzt nie, ob das... Ah, da ist schon wieder einer. Fuck. Oh, nein. Ich war zu blöd. Schnell genug auf das hier schwer zu wechseln. Ah. Naja, so, gleich stürmen wir davor und tun noch mal ein paar Fackeln hin. Nein. So. Da kann aber jetzt nichts mehr spawnen. Hallo. Und wir sollten auch ein bisschen auf das Schwert hier aufpassen. Und hier hinten tun wir noch mal eine Fackel hin. Da auch. Ich meinte jetzt eigentlich da unten so. Wo ich jetzt nicht hinkomme. Wegen dem Zaun aber so. Und zack. Und jetzt darf ich doch wohl nichts mehr spawnen, oder? Das markieren wir hier uns nochmal so ordentlich. Damit wir das hier auch vielleicht mal wiederfinden. Dann können wir vielleicht irgendwann mal nochmal eine Fädenfabrik hier so aufmachen. Obwohl wir kriegen da ja auch noch andere Sachen hier, ne? Zähne bekommen wir, äh, nicht Zähne, ich weiß gar nicht, oder Augen von Spinnen bekommen wir da auch noch raus. Und das würden wir ja auch noch für Tränke brauchen. Und das ist unsinnig, dass ich das gerade hier mit einem Bogen mache. Aber, denn ich habe jetzt bestimmt gleich keine Bogen, Bö, äh, Pfeile mehr. Neun Stück noch. Habe ich Eisen mit, ich hoffe, aber ich glaube nicht. Ja, Fail. Uah. Achso, hier ist ein Open. So und so. Und ich drehe die Musik jetzt nochmal einen Tick leise und dafür mein Headset lauter. Also, ich finde irgendwie im Sound gerade ein ganz wenig, also Musik etwas leiser und Sound allgemein lauter. So. Für euch dürfte das keine richtige Ausdrückung haben, aber für mich. Obwohl für euch, für die Musik ja trotzdem leiser, ja. So, zwei haben wir schon. Ähm, brauchen wir für das Schwert schon mal. Praktisch, dass wir hier immer wieder herfinden. Irgendwo war ja auch der Slime, ähm, Punkt. Wenn ich das richtig sehe. So, und das hier, das Schwert bewahren wir jetzt mal auf. Äh, das Kaputte bewahren wir auf. Für, ähm, können wir dann später reparieren. Und was wir noch machen, ist wackeln. Das wollte ich ja gerade eben schon machen, aber hat uns der Herr Creeper überrascht. Aber wir haben gar keine Kohle mit. Oder wir haben die weggeschmissen. Kann auch sein. Dann sollten wir aber welche sammeln, denn hier ist ja kein Problem. Herr Glück hier war. Iiii, ei, 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 ei. Drei Stücke. Ne, zwei Stücke auf einmal. Aber wir sind noch, sehen sie uns nicht. Ja. Und hier, wo ich gerade stehe, können eigentlich wahrscheinlich auch, ähm, Teile des Spornes. Ich bin jetzt hier halt zu nah dran. Aber hier müssen wir auf jeden Fall nach... Iiii, ei, ei, ei. Mein Gebeck! Ach. Was? War ich so nah dran? Na, wenn du meinst. Wenn du meinst, lieber Herr Creeper. dann stimmt das wohl, dass ich da zu nah dran war und dann machen wir schnellstens ein paar Fackeln so und hier hin damit hör ich hier was, nein und leuchten das erstmal ordentlich aus und ich hoffe ich war jetzt gerade nicht zu weit vom Mikro entfernt das hoffe ich auf jeden Fall hoffe ich das ja und da nein lass mich aha aha wie ich ihn weggeschleuert habe oh man so ein Pro so ein Pro noch einer na nein Aua das tat mir echt weh so na hier geht es auf jeden Fall wieder hoch aber ich möchte ja eher runter und ausleuchten natürlich damit jetzt nicht wieder so viel misspawnt und mich von hinten überrascht wenn ich gerade mir ein paar Werkzeuge crafte und da habe ich nämlich echt gar keinen Bock drauf und darum läuft das hier alles aus und die Kohle brauchen wir auch nochmal bestimmt wenn wir uns nachher wieder alle Fackeln gesetzt haben und dann finden wir hoffentlich bald ein paar die Kohle vergessen wir da einfach mal finden wir hoffentlich ein paar Diamanten damit wir endlich mal auf ein ganz neues Level kommen wir dann ja das ist dann ja wow das ist so wie wir haben Minecraft 2.0 wenn wir hier also für das Let's Play Let's Play Minecraft 2.0 also nicht von der Minecraft Versionsnummer her sondern vom Level allgemein eine Steigerung sondern der gleich und ich laber wieder meinen Mist das ist kaum zu glauben ich hoffe nur dass ich mich dabei nicht verirre hier müsste jetzt irgendwo meine ja da sind sie mein Eisenlatt gebacken wird und da kann ich auch gleich schon die neuen Iron Ores reintun ich bin so schnell wieder voll das ist echt ja echt heftig so denn das brauche ich noch für eine neue Spitzachs vielleicht nicht dass sie inzwischen durch kaputt geht oder kein Point oder irgendwas anderes irgendwas anderes ne oder brauche ich noch irgendwas anderes ne die Siege schmeiße jetzt einfach mal weg und ein Zeppelin der kann ja auch weg und der eine Zaun kann auch weg mhm ah und hier ist ein Slime ich wollte gerade sagen guck mir mal bei den Slimes und hier ist ja anscheinend einer oh je je und Slimes spawnen doch jetzt eigentlich auch bei Helligkeit ne schreibe es mir mal in die Kommentare spawnen jetzt bei Helligkeit auch oder nicht und ist hier jetzt einer oder nicht ne ist zu klein hier die brauchen ja irgendwie relativ große Höhlen oder spawnen die auch in kleinen Sachen müssen nur halt wahrscheinlicher dass sie einen großen spawnen das weiß ich gerade alles ein Enderman ja der hat jetzt hier lila Augen hat er ja schon vorher wo ist denn unser lieber Herr Slime und Slimes spawnen ja auch nur ab ich weiß gerade nicht die Zahl aber ziemlich geringen Level also ziemlich niedrig und da ist er ähm und das heißt ja auch dass hier dann Diamanten sein müssen auf diesem Level und das ist ja ein fetter Slime hier cool nein oh gut dachte schon die wir na jawoll und jetzt waren Erfahrungspunkte keine keine anderen Sachen ne und tot jawoll jetzt sammeln wir hier aber ordentlich ja gib mir gib mir gib es mir und du auch noch höre ich hier noch einen anderen noch einen Slime ja ja perfekt hier super ist äh ich denke mir ja schon tot und dann kommen hier noch welche raus so das waren sie aber und hier hinter hier sind ganz viele Minenspinnen das hatten wir ja damals zugemacht in einer Folge aber das heißt wir sind hier auf jeden Fall ziemlich tief und das heißt wenn wir ein bisschen tiefer gehen oder vielleicht auch schon hier müssen ähm die Teile spawnen die ähm na äh nicht spawnen hier ne müsste es Diamanten geben das ist sehr sehr schön das sehr kann ich nur begrüßen und dabei haben wir jetzt echt äh fail mäßigerweise vergessen wo unsere ähm Bank ist aber ich glaube die ist hier irgendwo rein irgendwo hier aber auf jeden Fall rein ja hier ja hier ist es so und dann nehmen wir nämlich noch schnell unser Eisen mit und backen uns ja nicht was heißt backen zwölf Slimeball sehr sehr schön damit können wir äh Sticky Pistons machen und uns irgendwas spawnen da habe ich echt Bock drauf ähm aber als erstes nochmal hier Arbeit so zwei Sticks haben wir ja noch und so und das können wir ihn hier so lassen und dann gehen wir weiter in die Tiefe dringen wir vor erforschen neues Gebiet habe ich gerade wieder Slimes gehört oder sind das Fußtritte von irgendwas was anderem und ja gerade wieder leichte Frame Drops ich weiß nicht wie das merkt im Video da ist glaube ich Fraps wieder von 60 auf 30 gesunken mhm 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 und jetzt auf 29 und auf 30 und so das habe ich nur immer in den Privilees nur da nur da nur da ich weiß gar nicht was die immer noch zur Vollversion hin optimieren dass das dann nicht mehr leckt das leckt ja nur beim Aufnehmen was da hinten ach so der Enderman und wir sind voll aber wir können ja unwichtige Sachen ablegen die wir ja schon wieder aufgesammelt haben so so dü 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 nein 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 lass mich in Ruhe doofe ich mag dich nicht nein scheiße okay na das war ein Fail ein Fail ein Fail ein Fail scheiße okay hoffentlich überleben wir es na wieso sehen die uns von da ich dachte kurz das ist eine Spinn aber wir haben ein Spinnenauge eine kleine Entschuldigung essen wir mal was so können wir trotzdem nicht aufsammeln dann müssen wir was wegschmeißen und zwar sowas hier oh nein warum spawnen äh warum ist hier schon wieder so ein scheiß Spinnenspawner oh nein wie weit können die denn gucken ja dummkopf ich ah ich dachte kurz hier ist hinter mir noch einer ah äh äh ach kacke hoch auf jeden Fall Milch kann ich jetzt ja wirklich trinken also wahrscheinlich hilft das dann jetzt auch als Holz Gegengift mäßig mäßige Sache äh äh Ich glaube da hinten haben wir irgendwo die Mauer gebaut Ich würde sagen wir wagen uns jetzt hier einmal hin Und gucken wo das Dungeon ist Und leuchten das aus Immerhin sind hier keine Spinnenweben Wo wir auch dann noch Schlecht warten wären Ach und Können die hier hinter irgendwo noch spawnen? Ich glaube da ist einer da oben Scheiße Ja Ist das jetzt noch was spawnt? Und das die ganzen Spinnenweben Ich halte mich ungefähr hier auf Dann dürfte sie eigentlich nicht hier vorkommen können Ach die bewegt sich aber gerade dahin Brauche ich zu Ähm Und das Teil hier so Scheiße Nein Nein Es ist voll das Backteil Scheiße Nein 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 Ah fuck Ich darf hinterher uns jetzt auch noch Nein Okay wir sind tot Scheiße Lauf weg Lauf weg Nein Nein Okay wir sind tot Wir müssen uns merken wo wir sind Wo sind wir Wo sind wir Oh 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 mein Gott Ich hasse Minenspinnen Naja wenigstens eine kleine Herausforderung Die man noch jetzt in Minecraft hat Scheiße Scheiße Oh mein Gott Okay Okay Wir haben uns deswegen auch noch weiter verlaufen Eigentlich müssten wir da nur so Ah scheiße Wenn wir uns jetzt trifft dann sind wir auf jeden Fall wirklich tot Nein Weg davon Die muss unsere Fährte verlieren Wahrscheinlich folgt uns jetzt noch bis hier hin weil das so die voll so evil ist und das alles kann Ach und Lava sehen sie doch eigentlich auch erst nur erst so auf einer bestimmten Ebene kann das sein Eigentlich müssten wir uns dann hier mal so irgendwie so einen Gang reingraben Das ist vielleicht gerade eine Spinne in Wasser gefallen Hier hinter wahrscheinlich so Eigentlich müsste es also auf dieser Ebene da auch was geben und wir graben uns einfach mal hier Da unser Leben sich ja eh erst noch regenerieren muss Graben wir uns hier mal so ein bisschen rein Und dann setzen natürlich ordentlich Fackeln Legen wir uns auch noch mal die Fackeln hier so Tun wir alles mal einen Tick nach da So also dass wir buddeln können und gleichzeitig die Fackeln setzen können So denn hier soll ja auch nichts spawnen Hinter uns plötzlich so bam Creeper zerspungen Und das ist echt nervig hasst ihr das auch so wenn ihr spielt und euch so Minengänge baut Auf der Suche nach Höhlen und dann sind immer abwechselnd Erde und wieder Steine Und ihr müsst immer zwischen den Werkzeugen wechseln und so Das ist echt nervig Nur mal so am Rande Spannend Ich möchte auch nur irgendwie jetzt hier so einen kleinen kleinen Gang bauen Dass ich dann möglichst schnell hier gleich eine Höhle habe Und ich nein ich drücke kein F3 Ich drücke kein F3 weil dann habt ihr erstens den Ziel Und naja das kann ich auch schwarz ausblenden Aber ich finde das ist irgendwie ein bisschen cheat Habe ja in irgendeiner Folge schon mal gesagt Und ich höre Schritte Das heißt hier dürfte irgendwo eine Höhle sein Und das hört sich nach einem Skelett an Und das Eisen nehmen wir hier auf jeden Fall mal mit Lecker lecker Kann man nicht essen aber ist trotzdem lecker Und wenn wir eh nur so sind Und dann kann ich euch auch noch irgendwas erzählen Hey wenn ich nur wüsste was Ach und es ist ja eh gut dass wir hier den Dörd sammeln Weil Warum habe ich die Iron hier nicht auf dem gleichen Stapel Weil das brauchen wir um unser Haus auszubauen Weil da brauchen wir die Stone Bricks Und dafür um die zu haben braucht man ordentlich Kappel Und darum ist das jetzt hier ganz gut Dass ich die hier vergessen habe So und so Und wenn man Sprint und eine Wand berührt hat man auf zu sprinten Oh nicht schön nicht schön Wo sind die irgendwo sind die Und das ist da hinten so rot Kommt das weil wir jetzt schon so nah am Bedrock sind Weil da ist ja seit dem Update ist das so Hat man dann Ich dachte kurz dass da schon eine Höhle ist Hat man da ja eine begrenztere Sicht So 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 Kann man eigentlich im Hardcore muss auch F3 drücken Ich wäre dafür das abzuschalten Oder zumindest Koordinaten weg oder sowas Na Unsere Schaufel ist daher unser Pick Ex ist fast kaputt Aber Das ist ja gut Beziehungsweise nicht gut Aber wir können die ja nachher reparieren Indem wir zwei Auf dem in einem Craftingfeld Einfach irgendwie so zusammenlegen Und warum buddeln wir uns ja nicht endlos lang Macht jetzt eigentlich bei The Space auch so Wenn irgendwas langweilig ist Dass ihr das in einem anderen Tablet Und irgendwas anderes euch schon mal anguckt Also kein Video Oder irgendwas anderes textmäßiges Zum Beispiel im Forum oder so Und hört ihr nur zu Was für ein dummes Zeug die Leute labern Eigentlich gucke ich Konkvideos nur so Also jetzt gucke ich die gar nicht mehr Aber früher Ja Und da höre ich Spinnen Oh Ich möchte jetzt endlich was finden Was finden möchte ich Ich hoffe ja Dass ich das hier die Folge gerade in USA gucke Das wäre echt ein Mega-Fail Jetzt hier diese Ich dachte kurz wieder eine Höhle Und ich höre Wasser Das wird dürften Na Bitte kein Spinnen-Spawner Bitte nicht Bitte nicht Habe ich die Fackel gesetzt? Ne Hä War ich hier schon mal? Kann doch gar nicht sein Und das sind mit Sicherheit Scheiß Minenspinnen Werden jetzt Fackeln normal generiert Oder sind die wirklich von mir? Ah Scheiße Äh Wo ist meine da? Schwert War ich jetzt hier? Werden 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 hier Fackeln normal generiert? Oder Nein, 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 nein Ja Werden Fackeln Ah Von wo Ah Ist hier oben noch einer? Ja Shit Ah Nein, lass mich Scheiße Lass mich In Ruhe Nein Nein Oh War ich da doch was Scheiße Ey Nein, 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 nein Nein Nicht Schreib dich nicht an Nein Lass mich in Ruhe Ich will das nicht Ich mach jetzt einfach mal Das hier so weg Und das hier auch noch Und baue das zu Habe ich keinen Bock auf euch habe ich Ne Keinen Bock auf euch So Das habt ihr davon Und das tu ich ein paar Fackeln hin Nur so Verdeutung so wie im multiplayer auf multiplayer server nennen so wenn das so farm gebiete gibt berlinen häuser gemacht und da wird dann aufgeschrieben do not enter ja gibt es eine bessere einladung als zu sagen hey komm rein und hier gibt es die amanten hey und ich glaube ja wir waren hier noch nicht also heißt das doch dass die normal generiert werden und wir haben eine dungeon gefunden und das hört sich doch wieder nach einem dann schon für ja also schon gut aber nein er soll mich nicht treffen hallo du siehst aber weiß aus geht es dir nicht gut oder was nicht also wurdest du vom blitz getroffen ich habe gehört da wird man immer sieht man so wie ein skelett auf also bei simpsons ist das so was mir in ruhe das will ich in ruhe und da sind wieder fackeln und das heißt die fackeln werden auf jeden fall normal generiert weil so ein dungeon habe ich auf jeden fall noch nicht gefunden in diesem let's play zumindest und die mohsteine nehmen wir mal mit weil ich denke nicht dass wir das nicht da hätten ist noch ein noch so ein spinner diese kommenden typen mit bögen noch nicht verstanden und das ist jetzt echt mal so eine feige konstruktion was hier so aufeinander gespawnt ist also also die rohni muh tot tot oh hallo guten tag ja ich hasse minenspinnen ja das war da unten nein ich hasse minenspinnen und steckt jetzt da so fest nein 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 stopp halt stopp halt stopp halt stopp immerhin sterben die teile schnell und ich würde sagen wir gehen da oben gleich in die hülle rein sobald wir es hier so ein bisschen ausgeleuchtet haben und dem typen wir auch noch mal hallo gesagt haben ne hallo hallo na du na nein 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 nicht du lass mich okay weil wir müssen jetzt dringend was essen sonst werden wir von der nächsten getötet weil wir uns nicht mehr selbst regenerieren regenerieren so und da ist wieder was gespawnt glaube ich nicht gut und fackel hallo das ist eigentlich mit dem wieso reagiert er nicht auf uns und nein ja 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 ich will auch mal sagen wir bauen hier einfach zu dass wir hier nicht hinkommen so diese riesigen systeme ich sollte nicht nach oben gehen aber ich will das jetzt auch nicht nicht ausgeleuchtet haben und daher sieht hier nach einer schlucht aus nee schade ich dachte jetzt wird jetzt zu einer riesigen schlucht nach unten und da brauche ich zu aber ohne selbst in die lava zu fallen ich dachte schon mal wieder ein spawner so halt stopp nein bleib wo du bist lava und noch ein dungeon hey ne scheiße wir sind ja auch praktisch auf der anderen seite die morgen wird zugebaut zudem dann spinnen ja cool geil 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 hier kommt laber runter war der mann nein 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 lass mich in ruhe und ich spinnen und irgendwie sich gar keine großen spinn mehr in höhlen aber ich habe in diesem netzplay schon wenn ich gehabt nur noch die klein und sterbe ja braves kind nein lass mich nur eine nur ein totes skelett ist ein gutes skelett so wollen wir noch vergessen hier diamanten abzubauen obwohl wir brauchen so ein bisschen spannung auf ja naja wollte doch dass ich die diamanten abbaue das wollt ihr doch können ja ja gar nicht erwarten und bau die diamanten ab und schon zehn mal bis jetzt in die kommentare geschrieben ne bau endlich die diamanten ab jetzt mach schon mach na eiskalt eiskalt weil ich sie erst jetzt habe war das nicht eiskalt eiskorpen nigger okay jugendfreigab ab 18 obwohl darf man das sagen ich bin mir gar nicht sicher naja und jetzt du hast die diamanten vergessen auch so glas scheiben heißt das glas fensters sah gerade so aus aber wie soll das noch sonst heißen ich weiß es gar nicht auf jeden fall hey wir haben diamanten wir haben diamanten jetzt wissen wir nur noch diamanten klonen können damit wir mehr haben weil jetzt haben wir vier denke ich ja und drei brauchen wir allein um für eine spitzachs für abbau von dingen wie wieso können wir eigentlich die haben wir jetzt die ganze zeit die ganzen die wir jetzt bestimmt schon hätten sonst ganzen bonds nicht angesammelt ist ja echt blöd aber gut dann sagen wir wenigstens die jetzt ein und wir sind auf jedenfalls auf der richtigen ebene um diamanten zu finden das heißt wir gehen hier noch mal ein bisschen rum hey cool schienen luft ich dachte schon jetzt sind hier ja irgendwelche und dahinten habe ich glaube ich was gesehen oder auch nicht zumindest keine diamanten soll jetzt hier noch mal gucken hier sind wir eindeutig zu viele spinnen glaube ich klar zu nehmen nehmen jetzt einfach mal mit kann er gar nicht schaden ich hoffe nur gestoßen ist hier nicht auf der anderen seite auf eine die sind echt nah hier